Der Machenwecker bei dir und schaut euch das an. Der Eddy halt, ne? Wir sind bei Familie Sommer da in St. Johannes und bei der Nina, von der Nina lässt er sich halt streicheln. Ja, wir sind Freunde. Hallo, Eddy. Hallo. Hallo. Achso. Halt, 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 Moment. Ich hab hier ein paar Leckerli. So, jetzt haben wir den Hund kennengelernt. Der Eddy, ein ganzer Liefer. Och Gott, bist du goldig, Mensch. Das ist der Stefan, ja? Der Herr des Hauses, sozusagen. Das ist eure alte Kaffeemaschine. Jetzt, ich will euch kurz erklären. Der ist jetzt nicht unbedingt auf mich abgerichtet, Stefan. Nein. Der geht immer bei mir und so. Ja, ist so. Okay. Also, hier, der Koffer-Vollautomat kommt wie gerufen bei euch. Absolut. Absolut. Ihr baut, glaube ich, gerade auch um. Wir kriegen ja neue Küche, ja. Und die alte wird jetzt demontiert. Okay. So, und jetzt gehört euer beiden Mädels, der Heike. Hallo, Heike. Hallo. Und dem Eddy. Euch gehört jetzt dieser Kaffee-Vollautomat. Ja. Und als langjähriger Fußballer vom TSV Sankt Johannes, weißt du, wie man damit umgeht? Da ist das Ding. Ja. 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 Ja.